Irgendwie wollen alle Presets-Manager werden. Diesen Eindruck hatten zumindest Tim und ich. Warum das so ist, warum die Leute als einzigen Karriereschritt die Management-Karriere sehen und was vor allem Unternehmen tun können, um dem entgegenzuwirken, welche Verantwortung der Firstline-Manager in dem ganzen Spielchen hat, vor allem aber wie du als Individual Contributor deine Karriere endlich in die eigene Hand nehmen kannst und aktiv gestalten kannst. All das und mehr erfährst du in der heutigen Folge und damit ganz viel Spaß. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als Pre-Sales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Pre-Sales-Performance zu entfesseln. Das machen wir für höhere Win-Rates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. Mein Lieber, wo bist du gerade? Drei Räume weiter von dir entfernt. Nur drei. Ich dachte, wir hätten da mehr dazwischen gebucht. Wir sitzen tatsächlich gerade hier beide in unserem Hotelzimmer in Berlin. Da draußen scheint die Sonne. Morgen ist Arthes, später ist Probe. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das hört. Ist das alles schon passiert? Aber so ist es eben gerade. So, wir werden ja heute mal ein bisschen über das Thema Leadership sprechen und zwar die Erfahrung, die wir die letzten Jahre auch oft gemacht haben. Dass es so Momente gibt, wo wir das Gefühl hatten, so eigentlich jeder will in der Führungsposition, jeder braucht Manager-Positionen. Und wir zu dem Zeitpunkt in Manager- und Leader-Positionen waren und teilweise so ein bisschen verzweifelt sind und uns gefragt haben, warum ist das so? Warum will eigentlich jeder, in Anführungszeichen, hier Leader werden? Und wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich in so eine Situation komme? Weil eine Sache ist auch klar, nicht jeder kann Leader werden. Nicht jeder ist vielleicht auch geeignet, um in diese Position reinzugehen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du das wahrgenommen hast, wenn Leute da gekommen sind und gesagt haben, ja, also nächster Karriere-Schritt muss ja Management sein. Also ich durfte zwei Pre-Sales-Teams bisher führen in meiner Karriere. Einmal in Südafrika, das waren so acht, neun Leute. Dann bei Miro zuletzt, da waren es vier. Und tatsächlich war in beiden Fällen, waren die Symptome schon so, wie du es beschrieben hast. Also auch erstmal nachvollziehbar. Am Ende denkt sich halt jeder, okay, ich arbeite hier, ich habe einen Job. Und man ist ja vielleicht motiviert, das auszubauen und sich zu entwickeln. Eben das Gefühl zu bekommen, es geht hier irgendwie nach vorne. Ob das dann immer monetär bedeutet oder vielleicht auch Verantwortung natürlich. Und vielleicht auch Spaß in der Rolle, die mit zunehmender Verantwortung steigt. Wo mir das dann immer untergekommen ist, ist dann eigentlich in zwei Formaten. Entweder innerhalb der One-on-Ones, wo man natürlich mal die Frage stellt, so wie geht es dir gerade oder wie stellst du dir vielleicht auch die nächsten zwölf Monate vor? Und das zweite Symptom oder das zweite Format, in dem mir das begegnet ist, ist im Prinzip beim Jahresend-Review. Wo man dann vielleicht auch selber sich erstmal als Führungskraft Gedanken zu der Person macht, die Person aber auch selbst in die Reflexion geht. Beide schreiben ihre Gedanken auf und dann bringt man das mal zusammen. War es einfach ein häufiges Vorkommen, dass die Menschen geschrieben haben, hey, ich denke darüber nach, in die Führung mal irgendwann zu gehen, Führungskraft zu werden. Das muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen. Du hast gerade gesagt, Leader. Jetzt ist ja die Frage, was assoziiert man eigentlich mit diesem Begriff? Ist es jetzt disziplinarische Verantwortung oder gehe ich irgendwie anders in die Führung? Ich meine, da können wir gleich nochmal ins Eingemachte reingehen. Aber so hat sich das bei mir dargestellt. Ja, genau. Also da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Also es ist Leadership, will ich einfach nur einen Management-Titel, brauche ich mehr Kohle, was auch immer. Und vielleicht können wir mal so drei Perspektiven einnehmen. Das eine wäre mal so die organisatorische. Also warum kommt es überhaupt zu solchen Situationen, dass dann vermeintlich alle irgendwie glauben, der nächste Karriere-Schritt muss Leadership sein. Dann gehen wir mal in diese First-Line-Rolle rein, wie wir beide das ja auch erlebt haben, aus Sicht des First-Line-Managers, wenn du damit konfrontiert wirst. Also how to face it. Und mal aus der Sicht des Individual Contributors, der einzelnen Person, die halt sagt so, ja, also anscheinend ist hier die nächste Station, muss dann Manager sein oder Managerin. Dann gehen wir von oben nach unten durch, würde ich einfach sagen. Aus der organisatorischen Ebene, ich habe das oft so wahrgenommen, dass Organisationen sich viel, viel zu wenig Gedanken machen über Entwicklung ihrer Leute. Und dass das, wie du es gerade gesagt hast, dann oft den Eindruck erweckt, ja, das ist hier so eine lineare Geschichte. So, ich bin hier mal Pre-Sales, dann bin ich mal Senior Pre-Sales und dann gibt es noch irgendwie fünf Stufen dazwischen und dann bin ich high sophisticated Pre-Sales und dann bin ich mal Manager und dann bin ich Senior Manager und dann werde ich Director und das ist irgendwie so der einzige, das ist der einzige Weg, den du gehen kannst im Sinne von Weiterentwicklung und mehr Geld und so weiter und so fort. Und ich finde das immer richtig schlimm, weil aus organisatorischer Sicht müssen ja zwei Dinge klar sein. Zum einen, nicht alle können eben Manager werden, weil die Anzahl der Plätze ist vermeintlich sehr begrenzt im Vergleich zu Individual Contributor. Und nach wie vor bin ich der Meinung, es ist dann auch einfach nicht jeder geeignet, um in so eine Rolle reinzugehen. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen dumm, wenn sich diese Organisationen da keine Gedanken dazu machen und auch nicht anfangen, ihre Führungskräfte so ein bisschen zu sensibilisieren und denen so ein paar Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie eben Karriereentwicklung vielleicht auch, also proaktiv, also es gar nicht zu dieser Situation kommt, dass dann da fünf Leute sind, ja, ich will jetzt aber auch Manager werden. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so habe ich das in der Vergangenheit oft erlebt und was dann auch noch dazu kam, in den ganz schlechten Organisationen, dass du so einen krassen Unterschied hattest im Gehalt, dass also Manager irgendwie, weil die dann Manager waren, wurden die krass besser bezahlt als einer, der halt auch geile Sachen macht, wo ich, was ich in meinem Kopf anhand so ganz zusammenkriege, warum es diese Diskrepanz gibt. Und dann kann ich natürlich schon verstehen, warum der Individual Contributor sagt, ja, so jetzt will ich hier mal richtig Gas geben und dann muss ja die nächste Station Manager sein, weil sonst kann ich ja hier mich gar nicht weiterentwickeln. Ja, also es ist einfach stark unterschiedlich. Ich durfte ja jetzt bei Großkonzernen arbeiten, aber auch bei einigen Scale-Ups und mittelgroßen Firmen und so weiter. Und da hat sich einfach ein sehr unterschiedliches Bild gezeichnet. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel Miro heranziehe, da, wenn ich mich jetzt recht erinnere, waren das, glaube ich, 13 verschiedene Ebenen, die mal von der Personalabteilung definiert wurden, wo alle Jobrollen und auch Unterrollen, also sowas wie vielleicht Junior oder Associate SE versus Senior SE oder Principal SE, wurde halt mal einsortiert in diese Skala von 1 bis 13. Und was wirklich ganz, ganz gut darin war, dass du in diesen Promotions, also wenn du in Level 4 auf 5 kommst, auf 6 auf 7 und so weiter, es war nicht immer zwangsläufig eine Führungsposition, die du einnehmen musstest, um dort irgendwie, ich sag mal, voranzukommen. Und an diese Level, und ich glaube, bei SAP war das ja auch vergleichbar, da hattest du ja diese T1 bis 5 oder wie das da heißt, da hattest du ja tatsächlich auch, unabhängig davon, ob du jetzt disziplinarische Verantwortung hast oder nicht, da bist du in der Seniorität aufsteigen und dein Gehalt hat sich entsprechend entwickelt. Und so war das tatsächlich auch bei Miro. Irgendwo, muss man sagen, war dann so der Deckel drauf, aber man konnte tatsächlich schon auch als nicht disziplinarische Verantwortlicher bei Miro schon echt in sehr hohe Levels kommen. Klar, Level 13 oder sowas, das ist dann so die 1DC-Level-Ebene, das ist dann der CEO und so weiter. Da gelten nochmal vielleicht ein paar andere Regeln. Aber beispielsweise die wertigste IC-Rolle, die wir bei Miro hatten, zu dem Zeitpunkt, als ich noch da war, das war so ein Value-Advisory-Thema. Insbesondere eben um das Herleiten der Mehrwert-Proposition für den Kunden auf Basis der Technologie, die wir natürlich haben, wo auch viel so Beratungshintergrund durchaus mal gefragt war und natürlich auch tiefes finanzielles und mathematisches Verständnis. Und das war eine sehr hoch dotierte Rolle, die super anspruchsvoll ist, wo man aber auch dementsprechend dann was verdienen konnte, um auf deine Gehaltsfrage noch reinzugehen. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, mal so der erste Schritt, dass die Leute auch im Unternehmen sehen, hey, also ich bin wertvoll mit dem, was ich tue. Ich leiste hier einen echten Beitrag und das wird dann eben auch monetär wertgeschätzt. Und das, finde ich, gehört absolut dazu. Und ich meine jetzt so 13, 5, 7, was auch immer, genau. Einfach mal damit anzufangen, sich Gedanken zu machen, wie kann man das eben dementsprechend einkategorisieren und bewusst eben diese unterschiedlichen Pfade auch anzubieten. Dass ich eben nicht sagen muss, ja, also der einzige Weg, hier weiterzukommen, ist eben irgendwann Management zu werden. Nee, wenn du einfach eine Begeisterung dafür hast, dass du jeden Tag beim Kunden stehst und mit dem geile Workshops machst und Architektur baust und so weiter, dann wird Management ja nicht die richtige Fahrt für dich sein. So, und dann muss ich doch dieser Person auch was Attraktives anbieten können, damit die voll aufgeht. Dann bringt sie doch auch den wertvollsten Beitrag für mein Unternehmen. Also Situation gesehen, wo dann genau das passiert ist, richtig, richtig geile Individual Contributor, einen Bombenjob gemacht, Tag und Nacht und so weiter. Und dann haben die die Manager-Positionen gesetzt, ja, und hinterher waren alle todunglücklich. Nach drei Monaten war diese Person weg. So, und da denke ich mir, also spätestens dann müsste doch der Organisation mal merken, dass das einfach scheiße ist und dass du dagegen was unternehmen musst. Deswegen ist ja gut zu hören, dass es Companies gibt, die sich da viele Gedanken machen. Und ich glaube, es ist wichtig, auch um Leute langfristig einfach in deiner Company zu halten. Du kannst es einfach nicht für gegeben hinnehmen, dass, ja, dann ist der einmal in der Rolle und dann hat er da seinen Titel oder was auch immer und dann wird er die nächsten 25 Jahre glücklich sein. Also ist auch ganz normal, dass irgendwann mal einer geht. Aber wenn ich geile Leute habe, habe ich doch ein hohes Interesse, die möglichst lange auch im Unternehmen zu behalten. Nicht unbedingt in der gleichen Rolle, aber dass die halt weiterhin einen wertvollen Beitrag für mich leisten. Und dann muss ich halt meiner Mannschaft auch zeigen, dass ich als Company darüber nachdenke und ein Interesse habe, dass das so ist. Und wir dann überlegen, wie müssen denn diese Pfade aussehen? Und ja, also Fazit drunter, linear von IC in Management und so weiter, ist absolut outdated mit der Komplexität, der wir uns hier gegenüber sehen, nicht gerecht. Ich glaube, man kann hier auch nochmal differenzieren. Ich habe jetzt Miro als Beispiel genannt mit diesen 13 Ebenen. Und also grundsätzlich hätte man da schon die Wirklichkeit, eben dann da auch in gute Sphären zu kommen. Die Sache ist aber halt, und da würde ich sagen, war Miro jetzt nicht so gut darin, sozusagen diese Pfade, die du gerade beschreibst, auch ganz aktiv mal zu kommunizieren. Also es ist ja, beispielsweise hatte ich einen Mitarbeiter, der hatte mal den Wunsch geäußert, interessiert sich für Produktmanagement. Ich sage, okay, heute Solution Engineering, Produktmanagement klingt für dich spannend. Kann ich mir irgendwie gut vorstellen, weil dort hast du, je nachdem, wie das Produktmanagement jetzt in der Firma interpretiert wird, hast du vielleicht ja so deinen eigenen Bereich. Du entwickelst bestimmte Produktmerkmale vorwärts, musst aber gleichzeitig die Wirtschaftsgleichkeit im Kopf behalten und schauen, okay, wie resoniert das überhaupt mit dem Markt? Also eine sehr anspruchsvolle Rolle, wo ich glaube auch, wenn du als Solution Engineer arbeitest, schon viel mitbringst, um auch in der Rolle vielleicht einen guten Job zu machen. Aber es war jetzt nicht so, dass sich jemand mal da Gedanken darüber gemacht hätte, wie könnte so ein Weg von einem Solution Engineer zum Produktmanager aussehen? Da gab es kein Template, da gab es auch keine Informationen dazu. Das war dann, am Ende war das, ich sage mal, Verantwortung der Firstliner, das sozusagen so zu moderieren und auch selber Gedanken mit reinzugeben. Da war man dann eher alleine gelassen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es für Sales Engineering, dass es da durchaus so ein paar, wie soll ich sagen, Usual Suspects gibt, also Pfade, die sich durchaus anbieten. Und wir haben ja selber jetzt auch über diesen Podcast hinweg, über unsere eigene Karriere weg, hin und wieder Dinge gesehen, die immer mal wieder passieren. Und ein Klassiker, den wir jetzt doch schon öfter mal gesehen haben ist, und ehrlich gesagt war das auch eine Sache, die mich manchmal so ein bisschen gewohnt hat, wo ich neugierig war, es ist der Wechsel von Pre-Sales in den Vertrieb. Ich erinnere, wir hatten den Moritz Meurer hatten wir hier mal drin. Ich selber hatte auch schon mal den Gedanken, weil ich mir so denke, ich würde es gerne einfach mal selber sozusagen komplett mal ownen. Ich glaube, es würde mir viel Spaß machen. Wir haben jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, also to be seen. Aber da gibt es ja so ein paar Pfade, die kann man mal identifizieren. Das muss ja nicht gleich in aller Ausführlichkeit sein, aber zum Beispiel der Wechsel zum Sales, der Wechsel ins Produktmanagement, das sind schon, oder der Wechsel ins Value Advisory, das sind ja schon so mal drei Pfade, wo ich sage, die sind schon, jetzt kommen nicht so selten vor, die kommen ab und zu mal vor und da kann ich mir ja schon eine gezielt Überlegung machen. Wie kann ich dann mal abchecken, ob das Individuum tatsächlich dazu passt? Kann ich hier vielleicht schon mal ein kleines Projekt mitgeben oder vielleicht mal einen Account oder was es dann auch immer sein mag, um zu testen, hey, macht es dieser Person wirklich Spaß? Und ist sie da dann auch gut so? Also bringt sie die Fähigkeiten mit, das Handwerkszeug mit, beziehungsweise wo sind vielleicht, wo ist noch das Delta, was es noch braucht, aufzuholen, um dann in der Rolle wirklich einen guten Job zu machen? Und ich, jetzt sprich du ja schon Pfade an, die sozusagen dann bedeuten, ich verlasse meine ursprüngliche Profession mit dem Sales Engineering. Wir haben ja vorhin gesagt, hier Junior, Senior, was auch immer, high sophisticated. Auch innerhalb der Rolle kann ich mir überlegen, welche Ausprägungen habe ich da? Aus meiner Erfahrung habe ich da unheimlich viele und wenn ich sage, ich bringe Leute in bestimmte Rollen, dann haben die ja auch nicht alle das gleiche Profil oder die gleichen Sachen, wo sie sagen, da gehe ich drin auf und auch da kann ich mir halt viele Gedanken machen und klar, je größer die Bude jetzt wird, also jetzt SAP natürlich sehr groß, da hast du dann innerhalb von Pre-Sales halt, also da hast du ja da schon, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben verschiedene Rollen. Da gibt es den Pre-Sales, da gibt es irgendwie Demo-Engineering, da gibt es auch irgendwelche Value-Menschen, da gibt es Architekten und dann auch wieder verschiedene, weil Solution alleine reicht denn da, dann hier Business, Enterprise, was auch immer. Also genau, sich diese Sachen halt einfach mal zu überlegen und auch ständig weiter zu schleifen und dann eben zu gucken, was passt für wen und jetzt gehen wir im nächsten Schritt mal in diese First-Liner-Rolle, das eben dann für das Individuum vielleicht auch so ein bisschen auszuprägen. Also, so, da kommen wir jetzt mal rein. Also, wir nehmen mal die Situation, Tim sitzt fröhlich in seinem Office als First-Line-Manager bei Miro und dann stehen die One-on-Ones an und dann hast du da einen geilen SE und der sitzt dann da vor dir und sagt, Tim, ich habe mir mal was überlegt, ich würde jetzt auch gerne mal Manager werden. Welche Gedanken schießen dir durch den Kopf? Boah, ich glaube, das ist dann doch stark vom Individuum abhängig, was da vor mir sitzt. Man hat ja, also, ich meine, am Ende, gerade wenn ich jetzt von meinen eigenen Mitarbeitern spreche, dann habe ich ja schon ein stark ausgeprägtes Bild, was sind die Stärken und die Schwächen der Person und wie kann ich das sozusagen abgleichen mit dem, was ich glaube, es braucht, um eine gute Führungskraft zu sein und manchmal sehe ich vielleicht, okay, das Puzzlestück, da fehlen vielleicht noch zwei, drei Dinge, das könnte ich mir aber schon irgendwie vorstellen und manchmal denke ich mir, hups, also Fremdbild und Selbstbild geht dann vielleicht doch schon stärker auseinander. Also, it depends, muss ich sagen. Ja, aber auf jeden Fall, auf viele Gedanken, so du matchst es irgendwie mit deinem eigenen Bild, du hast vielleicht auch so Gedanken wie, also wenn es mal grundsätzlich positiv matcht, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, gibt es irgendwo eine Stelle, können wir eine Stelle schaffen, verflucht, was passiert, wenn ich es nicht hinkriege, also haut der dann ab, wie auch immer. Und ich sage mal, also so mit den Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte, ich fand dann eine Sache immer ganz wichtig, also ich habe es jetzt so dargestellt, als würdest du so out of the blue damit konfrontiert werden und ich glaube, dass eine Sache wichtig ist, ich habe das irgendwann für mich dann so gelernt und dann auch angefangen so zu machen, wir hatten one on ones, also regelmäßig, also mindestens einmal im Quartal sozusagen gescheduled, das war so ein wichser Termin, der fühlte sich dann auch so ein bisschen offizieller an, neben diesen ganzen Seitengesprächen, die du sowieso immer hast und dieses Thema sozusagen Entwicklung und nächste Schritte und wo geht die Reise hier für dich hin, es war immer fester Bestandteil von diesem Meeting und die Leute wussten, dass das das Bestandteil ist, also ich habe immer dann versucht, da proaktiv reinzugehen und einfach die Elefanten, die sowieso da rumlaufen, nämlich was ist dein nächster Schritt und wie sieht die Kohle aus und dieses ganze Gedöns, einfach auf den Tisch zu bringen und das war total spannend, weil manche, klar, die hatten einen klaren Plan, so die wussten, was sie wollten und andere, die waren davon fast schon überrascht und dann hast du erst mal so einschwingen müssen und dann war das aber immer so ein gutes Miteinander, weil du in der Regel sehr frühzeitig erkannt hast, wo geht es hier hin beziehungsweise den Leuten auch mal die Aufgabe mitgegeben hast, mach dir mal Gedanken, was das hier für dich eigentlich bedeutet und was ist dir wichtig und so weiter und so fort und dann ist es vielleicht seltener die große Überraschung so, dass der jetzt auch noch hier in die Führung gehen will. Also ich glaube, das wäre mal so vielleicht der erste Gedanke an die Firstliner, nicht warten, bis dann alle kommen und sagen, jetzt muss aber mal hier, sondern möglichst das einfach kontinuierlich moderieren, würde ich das nennen. Also das macht, zumindest nach meiner Erfahrung, viele, viele Dinge viel einfacher, weil du viel früher anfangen kannst, dir nicht nur Gedanken zu machen, sondern dann auch aktiv zu werden in eine bestimmte Richtung. Damit sind wir mal beim nächsten Punkt. Wenn jetzt jemand kommt, Entschuldigung, bitte. Vielleicht auch noch mal was sagen. Ich wollte jetzt die Frage stellen, aber du darfst das gerne kommentieren, bitte. Ich mag das, wenn du aus dir rauskommst. Ja, ja, das ist, ich habe mich da gerade schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ertappt gefühlt. Ich habe ja gerade gesagt, ich durfte mal zwei Pre-Sales-Teams leiten und bei meiner ersten Führungsrolle würde ich sagen, habe ich das, was du gerade beschrieben hast, nicht so gut gemacht. Also, es war mehr so, ich stelle lieber nicht die Frage, weil ich nicht hören will, sozusagen, was die Person denkt, aus der Angst heraus. Nein, muss ich mich jetzt gleich darum kümmern, der Person ein Angebot zu machen oder vielleicht die Person sogar im schlimmsten Fall verlieren zu müssen, weil irgendwie in der Konkurrenz doch irgendwo das attraktiver ist. Und ich habe das nicht so proaktiv in dieser Regelmäßigkeit, wie du es gerade beschreibst, adressiert und gleichzeitig hatte ich aber durchaus zwei Fälle, wie gesagt, das Team war auch ein bisschen größer, es waren acht, neun Leute, zwei Fälle über die Laufe der Zeit, die dann für mich relativ überraschend gesagt haben, ja, ich habe hier drüben einen neuen Arbeitsvertrag unterstunden, wo vorher gar kein Gespräch stattgefunden hat. Und also, da muss ich mich auch selber an die eigene Nase fassen, da hätte ich einfach viel regelmäßiger auch mal das einfach mal proaktiv adressieren müssen, dann hätte ich das vielleicht schon kommen sehen, ob ich es dann hätte verhindern können, das steht immer auf einem ganz anderen Papier. Aber der erste Schritt ist es natürlich, das mal überhaupt erstmal zu erkennen. Und deswegen finde ich das, also ich glaube, es braucht, einerseits klingt es so mutig, das so proaktiv anzusprechen, auf der anderen Seite verkackst du es halt, wenn du es nicht tust. Und manchmal helfen da, ich meine, am Ende kannst du natürlich sagen, okay, der Firstliner ist dafür verantwortlich oder eben nicht. Da helfen durchaus auch mal Unternehmensstrukturen und Prozesse dabei, das tatsächlich aufzufangen. Also jetzt kann ich nochmal bei Miro reingehen, da hatten wir nämlich tatsächlich alle, jetzt muss ich überlegen, alle drei Monate oder alle sechs Monate hatten wir im Prinzip so ein Performance-Review-Cycle. Ich glaube, es war alle sechs Monate. Ich habe den ein paar Mal mitgemacht und das hat immer bedeutet, dass jeder für sich selber in die Reflexion gehen musste und aber auch mit dem Manager und da gab es auch ein, zwei Fragen, die genau auf dieses Thema auch eingezahlt haben, nämlich wie stellst du dir die nächsten sechs Monate vor, wo möchtest du dich gerne hin entwickeln und das wurde sowohl der Führungskraft als auch dem Individuum als Frage gestellt. Das heißt, man wurde aufgrund des Prozesses sozusagen gezwungen, in einem Führungszeichen, obwohl es ja wie gesagt sehr gut ist, sich damit auseinanderzusetzen und sowas hatte ich tatsächlich bei meiner ersten Führungsrolle gar nicht. Da war ich im Prinzip darauf angewiesen, was gibt mir meine Second-Line-Führungskraft an Mentorship und Ideen mit, wie ich jetzt sozusagen mich dort zurechtfinden konnte und das war fairerweise ja auch meine erste Führungsrolle, von daher auch gar nicht so überraschend, dass man da hätte vielleicht zwei, drei Dinge hätte anders machen können. Genau, also das nochmal so als Reflexion. Ja, ne, schöne Reflexion und also ich meine, ich habe ja auch gesagt, ich habe das für mich über die Zeit gelernt. Also ich glaube, ich habe, als ich anfangen durfte, mal in so Führungsrollen zu gehen, ich habe einfach alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Ich bin durch jeden Scheißhaufen durchgelaufen, der da rumlag und habe es teilweise nicht mal gemerkt. Und irgendwann hatte ich Gott sei Dank mal ein paar Leute, die mal so ein Stoppschild hochgehalten haben und gesagt haben, hier komm, ich erkläre dir mal ein bisschen was. Also das ist sowieso ein ganz guter Punkt. Du hast gerade gesagt, so Mentorship und das glaube ich ist unabhängig von, bin ich jetzt Führungskraft oder Individual Contributor, ist einfach immer gut, sich Leute zu suchen, die einen anderen Blick haben, die mehr Erfahrung haben und 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 vielleicht gar nicht nur eine Person, sondern mal wechseln oder auch mal zwei, drei für verschiedene Perspektiven. Da kann ich auch noch jeden motivieren, das ist Gold wert und das ist fast so ein bisschen eine Abkürzung, weil du kannst natürlich Erfahrungen nicht kaufen, aber du kannst sie mit solchen Leuten vielleicht schneller machen und hören und erfahren, weil du dich dann anderen Situationen wieder aussetzt. also das ist mal ein Punkt. Genau, also und deswegen ist ja auch vollkommen normal, wenn du mit irgendwas Neuem anfängst, machst du halt Fehler. Das Schöne ist ja, dass man was draus lernen kann und was du von Miro gerade erzählt hast, ist eine coole Geschichte, die da vermutlich sehr, sehr hilft, das auch gemeinsam zu tun. Das ist ja am Ende was Gemeinsames und der dritte Gedanke, den es bei mir jetzt nochmal getriggert hat, also ich hatte, früher dachte ich auch, boah ey, was bist du für ein Arsch, hättest du vorher mal Bescheid sagen können, bevor dir deine Kündigung oder was auch immer. Mittlerweile denke ich mir, ich kann den Leuten auch nochmal böse sein, weil das ist ja deren ureigenste Entscheidung. Die haben ja vielleicht auch Gedanken, so ist das von Nachteil für mich, blablab, whatever. Ich denke mir, wenn du ein gutes Verhältnis hast, dann müsste es möglich sein, dass die Leute das ansprechen, auch wenn es vielleicht schon die finale Entscheidung ist, aus bestimmten Gründen alles gut. Aber ich habe auch aufgehört, dann irgendwie drei Tage da mir schlechte Laune zu machen. Wenn solche Dinge passieren, nichtsdestotrotz, das was du gesagt hast, glaube ich, man kann eben als Führungskraft versuchen, das Maximale zu tun, damit die Dinge eben positiv verlaufen. Und dass sich Leute mal von dir trennen wollen oder von deinem Unternehmen, das gehört halt auch dazu. Und manchmal ist in Anführungszeichen so eine Kündigung ja auch die höchste Form der Anerkennung, weil du sagst, hier ist deine Entwicklung jetzt mal zu Ende. Deswegen musst du vielleicht mal darüber gehen, dass du dich weiterentwickeln kannst. Und ich glaube, ganz cool wird es, wenn du das als Führungskraft mal zu deinen Mitarbeitern sagen kannst, dass du sagst, hey, weißt du, ich kann nichts mehr für dich tun. Ich würde dich natürlich gerne bei mir behalten, weil das würde mein Leben leichter machen. Aber wenn du jetzt Bock hast, den nächsten Schritt zu machen, dann lass uns mal überlegen, wie und wo. Und klar, wenn du jetzt zum Beispiel so eine große Bude bist wie SAP, dann gibt es immer innerhalb der Company Möglichkeiten. Und ich glaube, um jetzt auch weiter beim Firstliner zu bleiben, das ist, glaube ich, auch, ich finde, das ist eine gute Eigenschaft, weil das ja dann auch zeigt, also klar, ich bin verantwortlich für mein Team und ich möchte immer das geilste und das beste Team haben. Aber ich finde, das gehört auch dazu, dass man sich, also dass man mal loslassen kann und auch halt sagen kann, hier ist die Entwicklung für dich jetzt zu Ende. Das ist zwar traurig, aber es ist auch schön, weil da drüben geht es jetzt vielleicht weiter. Lass uns mal überlegen, wo das ist und wie ich dich dabei unterstützen kann. Ja, ich verstehe deinen Punkt und das ist, also es ist eine sehr idealisierte Sichtweise und das ist ja auch erstmal nicht verkehrt, von einem Ideal zu kommen. Ich habe mich jetzt gerade versucht reinzuversetzen in die Zeit als Führungskraft und eine Thematik, die da schon immer eine Herausforderung war, war einfach die Kapazität. Also ich meine, vielleicht war das jetzt bei mir auch Pech oder so, aber wir waren im Prinzip chronisch, in beiden Fällen waren wir chronisch unterbesetzt. Das heißt, einerseits ist es natürlich mein tiefstes Interesse, mal mindestens die Leute, die ich schon habe, auf jeden Fall auch mal zu behalten, insbesondere wenn die schon eine gewisse Erfahrung haben und die auch in ihrem Job ja hoffentlich gut sind. Und gleichzeitig ist natürlich das Individuum da, was ich vielleicht entwickeln möchte und ich diesem Individuum jetzt in dem Fall vielleicht nichts mehr geben kann. Ich bin ja total hin- und hergerissen zwischen meinen persönlichen Geschäfts- und Geschäftsinteressen versus dem, was dieser Mensch jetzt bräuchte, um den nächsten Schritt zu machen. Also das ist schon eine krasser Balanceakt, muss ich sagen. Ja, genau, aber ich meine, also mir geht es auch darum, halt zu sagen, also wenn die Dinge so sind, wie sie sind, dann sprich halt die Dinge so an, wie sie sind. Und dann heißt es ja nicht, dass diese Person morgen geht, sondern dann kann man ja sagen, hey, wir haben jetzt mal hier den Check-in gemacht, du willst eine Weiterentwicklung, wir sind uns vielleicht einig, die findet nicht mehr hier statt. Dir ist auch klar, ich muss nochmal irgendwie Ersatz besorgen gehen. Also wie können wir das zeitlich vielleicht koordinieren? Und deswegen glaube ich, je früher du die Dinge ansprichst und je offener man dann manchmal auch die Dinge anspricht, desto schneller und besser ergeben sich dann eben auch Lösungsmöglichkeiten. Weil da sind ja genug andere Talente. Da sitzt halt im Nachbarteam vielleicht auch gerade einer, der mit den Hufen schaht und sagt, so hier, dieser Sales, der kotzt mich ja schon lange an, ich möchte jetzt mal was Geiles machen. Ich sage das mit einem Zwinker. Ich sage das jetzt so locker daher, als wäre das das Normalste von der Welt. Ich bin bei dir, das ist ein sehr idealisiertes Bild und ich glaube nicht, dass das der Normalzustand ist. Ich glaube aber, wenn du diese Perspektive hast, dass du dafür verantwortlich bist, dass es diesen Menschen gut geht und dass die Menschen das Maximale aus sich rausholen können, dann fällt es irgendwann sehr leicht, so zu agieren. Aber ich meine, das war bei mir ja auch eine Entwicklung über die letzten 18 Jahre irgendwie. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht heute kommt einer und sagt, ich bin da geistig schon und ich mache das einfach so und dann sage ich, super. Also bei mir war das eine sehr, 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 sehr lange Zeit der Entwicklung und ich will auch gar nicht sagen, das ist der richtige Weg. Das ist ja immer hier unser Weg, was wir erzählen. Ich kann nur sagen, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, auch wenn halt dieses Eingeständnis, dieser Mensch muss jetzt halt dann woanders hin zur Folge hat, dass ich wieder etwas Neues suchen muss und vielleicht eine Stelle ausschreiben und wieder Hiringgespräche und so. Auf der anderen Seite, dafür bezahlt mich die Firma ja auch. Das ist ja auch meine Aufgabe, dieses Team halt hier kontinuierlich zu bauen, am Leben zu erhalten und idealerweise weiterzuentwickeln. So, und wenn wir kurz zurückspulen, also du hast jetzt Gedanken gehabt, als dieser Mensch vor dir sitzt, was wären denn so klassische Fragen, die du stellen würdest, wenn du jetzt damit konfrontiert wirst? Ey, Alter, ich will jetzt ja auch mal Manager werden. Eine der ersten Fragen, die mir dazu einfällt, ist gerne mal die Motivation dahinter zu verstehen. Also, ist es sozusagen die Limitierung des Sichtfeldes, was jetzt als nächster Schritt anstehen kann? Man sieht halt einfach nur diese Managerstelle und ist vielleicht eine Möglichkeit, diese Limitierung des Sichtfeldes zu verbreitern? Haben wir ja gerade schon diskutiert. Ist es vielleicht, also ich sage ja zu, das Warum herausfinden, in manchen Fällen ist es ja vielleicht auch einfach tatsächlich der monetäre Faktor, dass ich sage, hey, ich habe das Gefühl, ich kriege ja noch nicht die Wertschätzung finanziell, die mir zusteht. Und mein Verständnis ist, der nächste Gehaltssprung wäre möglich über eine Führungsrolle. Und die nächste Frage, und dann muss ich zu dem zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, je nachdem, wie mein eigenes Matching dann aussieht. Also wenn ich jetzt denke, ja, die Person könnte es vielleicht, hätte da vielleicht Potenzial oder die Person hat meines Erachtens vielleicht da noch eine nicht passende Selbstwahrnehmung, dann ist ja die Frage, wie kann man jetzt da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Da gibt es aber viele Möglichkeiten, um mal, ich glaube, das mal anzutesten. Also da würde ich jetzt noch nicht reingehen, das ist jetzt schon Lösungsraum, aber die wichtigste Frage ist für mich, warum? Welche Gedanken hast du dabei? Was motiviert dich dazu? Ja, genau, absolut. Also quasi in die Discovery zu gehen mit deinem eigenen Mitarbeiter, mit deiner Mitarbeiterin. Ich glaube, die Warum-Frage ist eine zentrale, die Motivation, die dahinter steckt. Ich habe auch gerne sowas gefragt wie, was bedeutet für dich Führung? Was bedeutet für dich Management? Wer würdest du sein oder sein wollen, wenn du in diese Rolle gehst? Um so ein bisschen, ich meine, ich habe auch mein idealisiertes Bild von, was ist gute Führung? Und ich glaube, das schwingt da immer mit. Und wenn das total clashen würde, dann würde sich in mir eine Barriere aufbauen. Dann wäre ich vermutlich im ersten Schritt nicht bereit, diese Personen zu fördern, in diese Rolle zu kommen, weil ich es für falsch halte. Und daraus kann natürlich ein riesengroßer Konflikt entstehen. Aber ich habe auch oftmals festgestellt, dass die Leute im ersten Moment gar keine guten Antworten auf diese Fragen haben. Also wer willst, also warum, was motiviert dich? Geht vielleicht noch? Wer möchtest du sein? Also was heißt das wirklich für dich? So. Und dann kommt es mal so ein bisschen raus, was wirklich dahinter. Und ich meine, das kann man ja auch in so einem Coaching-Setting zum Beispiel, kann man das unterstützen. Aber das wäre für mich mal so ein Dialog und der geht vielleicht über dieses eine Meeting dann hinaus, weil der braucht so ein bisschen Zeit, um das rauszufinden. Eine andere Frage ist mir auch eingefallen, die, glaube ich, gut passen könnte an der Stelle, ist, wo gehst du denn heute schon in Führung? Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die bei fast jedem Arbeitgeber war das möglich. Von daher glaube ich auch, dass es ein sehr pragmatischer Vorschlag ist, wenn man jetzt als First-Line-Manager mit dieser Situation konfrontiert ist, dass man einfach mal guckt. Also jetzt, ich gebe mal ins Beispiel von Miro rein. Wir hatten in der SE-Organisation, hatten wir immer so eine Liste von Quartalsinitiativen, immer bestimmt so 10, 15 Sachen, wo wir gesagt haben, hier haben wir noch Möglichkeiten, unsere eigenen Organisation weiterzuentwickeln. Ob das jetzt Demoskripte sind, ob das eine Videobibliothek ist, ob das irgendwie eine Personabeschreibung oder ein Discovery-Sheet oder was auch immer. Also es gab sehr viele Dinge, wo so strukturell, prozessual sehr viele Optimierungslöcher noch waren. Und die wurden im Prinzip, da gab es eine Backlog-Liste, vorhandenen Projekten, sozusagen an internen SE-Projekten. Und irgendwann haben wir halt gesagt, wir priorisieren die mal und jetzt gehen wir die mal durch und sagen, okay, das brauchen wir als nächstes. Dann hat sich immer die Frage gestellt, wer kann das Ding ownen? Und den Approach, den wir dort eben oft gefahren haben, ist, dass wir nicht gesagt haben, das macht jetzt eine Führungskraft, sondern wir haben den Individuen Contributern diese Möglichkeit gegeben, solche abgekapselten Projekte zu ownen. Bei Seismic zuletzt beispielsweise haben wir mal damit angefangen, so Kurzvideos aufzunehmen. Dann haben wir ein Team von vier, und das durfte ich tatsächlich in dem Fall auch führen. Und wir haben dann, die vier Personen inklusive mir, haben sich dann überlegt, alles klar, was sind die 20 wichtigsten Use Cases und haben dann gesagt, okay, wir teilen uns das auf, jeder schreibt ein Skript, jeder macht ein Video-Recording und wir schneiden das zusammen, so dass wir mal 20 coole, Short-Videos als Demo-Grundlage haben für sowas wie Demo-Automation. Und das war ein super Ding, weil da durfte man natürlich an vielen Stellen Führung übernehmen, ohne Führungskraft zu sein. Also da kann man natürlich super verproben, ob das Spaß macht und ob, ich sag mal, ob die Fähigkeiten schon da sind, wo sie sein müssen. Wie werden damit, wie werden Konflikten umgegangen, ist die Person in der Lage, also ich sag mal, Commitments bezüglich Zeit und Deadlines einzuhalten, mit dem Team zu managen und irgendwo bestimmte Lücken vielleicht sinnvoll zu füllen. Also da stellen sich ganz viele Herausforderungen dann im praktischen Alltag, die auch sehr viel mit Führung zu tun haben. Und so kann die Person sich selber mal testen und wir natürlich auch die Person testen, wenn du magst. Ja, und damit, du gehst schon so ein bisschen in den Lösungsraum rein und eine weitere Frage, die da drauf einzahlt, ist auch, was glaubst du, welche Fähigkeiten brauchst du, um eine gute Führungskraft zu sein? Ja. Und die Folgefrage, die sich dann anschließt, ist, wo siehst du bei dir selbst noch Lücken? Ja. Und wie glaubst du, kannst du diese Lücken schließen? So, und dann sind wir ja aber in dem Use Case drin, dass wir sagen, hey, grundsätzlich würden wir diese Person mal für sehr geeignet halten, da reinzugehen. Und, also, ich meine das jetzt nicht vollständig, aber ich habe verschiedene Dinge erlebt, gerade mit der Frage auch, was ist denn deine Motivation oder was willst du da für dich raushaben, kam nicht selten dabei raus, also eigentlich geht es um Verantwortung übernehmen. Und dann haben wir darüber geredet, naja, also, warum musst du denn Führungskraft sein, um Verantwortung zu übernehmen? Das verbietet dir ja keiner, Verantwortung zu übernehmen, das kannst du einfach machen. So, und auch da wieder dieses Selbstverständnis vielleicht dann zu haben oder zu entwickeln, dass das geht, ne, und es ist dann sowas wie diese strategischen Initiativen gibt, die wichtig sind für die Organisation, wo du wirklich einen krassen Beitrag leisten kannst zu gewissen Dingen. Dafür brauchst du keinen Titel. Dafür muss nirgends Manager stehen, sondern die, die in der Managerrolle sind, die sollten die Verantwortung übernehmen, dass sie den Leuten ermöglichen, das tun zu können. Ja, und, also, Verantwortung übernehmen, das mag eine Antwort sein. Ich kann dir zumindest autobiografisch mal sagen, eine Sache, die mich immer extrem umgetrieben hat bei dem Thema. Ich war ja auch die längste Zeit IC und bin dann später in die Führungskraft reingegangen und für mich war es immer meinen eigenen Wirkungskreis zu erweitern. Ich habe mal links und rechts geschaut und habe halt gesehen, okay, wie funktioniert da drüben zum Beispiel das Marketing, wie funktioniert da drüben zum Beispiel der Cold Outreach und habe mir die Dinge angeguckt und habe mir gedacht, also, ich meine, ich bin jetzt hier Sales Engineer und ich bin grundsätzlich mal für die Themen Discovery und Pitch und Demonstration von, also Demos von unserer Software verantwortlich und an Deals zu arbeiten und gleichzeitig hat mir aber der Blick nach links und rechts den Eindruck gegeben, ich glaube, ich könnte dort auch noch mehr Wert stiften und einen positiven Einfluss auf die Arbeitsweise und unseren Erfolg nehmen und das ist natürlich dann auch ein Konflikt, wenn du sagst, hey, lieber Marketing-Mensch, ich habe hier eine total gute Idee, wie beispielsweise der Text für die Event-Einladung aussehen sollte, dann hat das mit Solution Engineering überhaupt nichts mehr zu tun und dann ist ja die Frage, wie kannst du sozusagen diesen Wirkungskreis erweitern, um da vielleicht auch noch, wo du sagst, okay, das macht mir Spaß und ich glaube, ich bin ganz gut da drin, wie kannst du das eigentlich vergrößern? Ja, und ich meine, für mich, das wäre schon mal eine sehr coole Antwort, finde ich, also es geht um Wirksamkeit, ich möchte hier Dinge noch weiter positiv beeinflussen und dann kann man gucken, für welche Dinge muss jetzt wirklich Führungskraft sein oder haben die Leute vielleicht auch noch so eine Blockade, die sagt, naja, also das, was du machen willst, kannst du in deiner jetzigen Rolle auch machen, richtig geil, also wertet deine Rolle auch auf, du übernimmst mehr Verantwortung und ich fand es immer ganz spannend, wenn die Leute da aufgeschaltet haben und gesagt haben, ja, ich versuche mal zu reflektieren, wer möchte ich da sein, wie stelle ich mir das eigentlich vor, was glaube ich, brauche ich dazu, was fehlt mir noch und wie kann ich diese Lücken schließen? Also mir war, mir war immer wichtig in dieser Firstliner Rolle, dass die Leute irgendwie eine eigene Idee dazu hatten, ne, also ich hatte dann auch eine oder habe dann meine mit reingegeben und dann waren das vielleicht manchmal Dinge, da hatten die anderen dann drüber nachgedacht und auf der anderen Seite kamen die mit wirklich coolen Sachen und dann hast du halt angefangen, diese Reise zu bauen, ne, also eine andere Frage ist dann übrigens auch noch, bis wann möchtest du da sein, ja, so, also am besten gestern oder äh, gibt es so ein bisschen eine realistische Einschätzung vielleicht auch, ne, also so gebe ich mir selber die Zeit oder und da kann mir auch wieder viel Motivation vielleicht rauslesen, ne, also habe ich wirklich einen Purpose, der dahinter steckt oder will ich einfach nur den Titel und das Salary, ne, also das sind jetzt zwei Extreme vielleicht und ja, ich fand diese Gespräche immer sehr, also sehr schön einfach, gerade wenn du Menschen hattest, die Lust hatten, das zu reflektieren und zu sagen, ey, ich sehe das wirklich als, als den Weg und ich habe Lust, den zu beschreiten und ich freue mich auf die Dinge, äh, die da, die da passieren, weil das ist das andere, muss man auch dazu sagen, glaube ich, zumindest an meiner Erfahrung, oft werden Leute viel, viel zu schnell in solche Positionen geschmissen und dann einfach alleine gelassen, ne, also, aber wie, also wie sollst du das denn können, ne, also ich habe ja vorhin gesagt, so in meiner ersten, ich kam da auch rein, ne, weil ich auch so ein bisschen vielleicht selbstbewusst und arrogant war und so weiter und dann war ich da und ich hatte absolut überhaupt gar keinen Plan, aber es war auch keiner da, der mir geholfen hat. Und du wusstest nicht, dass du keinen Plan hast. Das habe ich irgendwann dann ja gemerkt, ne, aber klar, am Anfang dachte ich, hier, geil, so, jetzt habe ich da einen Titel und Kohle und einen Firmenwagen und keine Ahnung und jetzt bin ich hier der Pimp, ja, aber ich war einfach der größte Vollpfosten, der da rumgelaufen ist und habe vielen Menschen einfach schlechte Dinge angetan. Deswegen, glaube ich, ist das einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Teil und dann bin ich wieder auch im unternehmerischen Kontext, ne, so, welche Modelle bietet ihr an? Habt ihr sowas wie Co-Leadership? Habt ihr sowas wie, ich kann mal in gewisse Bereiche einfach reinschnuppern, risikofrei für beide Seiten und wirklich mal rausfinden, finde ich das gut, ja. Manche haben ja auch gar keine, gar keine Vorstellung davon, was es dann heißt, Führungskraft zu sein, ja. Also du wirst ja auch mit extrem viel Bullshit konfrontiert. So, den muss er auch. Genau, dazu wollte ich auch gerade ein paar Worte noch sagen. Das muss er auch sein, ja, bitte. Bullshit ist immer deine Einzelne. Ja, also genau, ich glaube auch, dass die Führungsrollen, das ist ganz oft so ein idealisiertes Bild, was man so im Kopf hat, ja, dann werde ich Manager und dann ist die Welt besser und so weiter und die erste Wahrheit ist ja an der Stelle, es ist einfach mal ein komplett anderer Job. Das ist nicht so, das ist nicht so die SE-Rolle auf Steroiden. Ne, du hast dann auf einmal so viel, du hast es gerade Bullshit genannt, auch so administratives Gedöns auf deinem Teller. Dann geht es auf einmal mal darum, alles klar, wie ist eigentlich zum Beispiel das Gehaltsgefüge in meinem Team? Ist das fair oder muss ich da irgendwas fixen? Was habe ich denn da übernommen? Was für eine Legacy kommt denn da, wo vielleicht schon irgendwelche komischen Altlasten dabei sind? So triviale Sachen wie, ich muss mal schauen, dass nicht alle meine Teammitglieder gleichzeitig in den Urlaub gehen, weil wir haben übrigens 500 Kunden in der Region und wir müssen sicherstellen, dass wir mal so eine Mindestbetreuung haben. Solche, so kleinere Wiehwehchen, ja, jetzt hier ist vielleicht da drüben irgendwie, ich habe irgendwas mit der Familie und ich kann jetzt nicht in die Arbeit oder irgendjemand hat irgendwie ganz viele Krankheitsausfälle auf einmal. So, das sind alles Sachen, das sind keine schönen Themen. Das ist richtig nervig und eine Sache, die hat mich so richtig abgefuckt, muss ich mal sagen. Ich meine, mir hat mir wirklich Spaß gemacht, aber das hat mich richtig genervt. Die Anzahl der Meetings hat sich nochmal verdoppelt oder verdreifacht. Du bist in so vielen fucking Abstimmungscores. Du bist in diesen, ich meine, Forecast-Meeting, das war noch eins, was mir am meisten Spaß gemacht hat, so gegebenenfalls. Aber diese cross-funktionalen Abstimmungstermine auf der Region mit anderen Rollen, also ich will jetzt gar keine konkreten Rollen benennen. Ich meine, fängt ja auch ein bisschen vom Unternehmen ab und es geht auch gar nicht gegen diese Rolle, aber es ist dieser Abstimmungsaufwand, der explodiert und das ist total administrativ und zeitraubend. Also man muss sich dann schon echt krass konzentrieren, um auch diese Führungsaufgaben und diese Führungsrolle, wie du sie auch beschreibst, sich da überhaupt die Zeit für zu nehmen. Ja, also ich erkläre gleich nochmal, was ich mit Bullshit gemeint habe. Es hat eher was mit Schmerzen aushalten zu tun, würde ich sagen. Das, was du entsprichst, ist ein ganz spannender Punkt. Klar, administrative Perspektive und auf einmal hast du zwei Richtungen. Du musst nämlich nach unten und nach oben, weil über dir ist der Second Kleiner, der will irgendwas von dir, der hat irgendwelche Vorgaben, was auch immer, der sich da zusammenspinnt und es geht eben nach unten. Also jetzt hierarchisch betrachtet, weil das auf einmal dein Team. Und alle ziehen an dir, alle drücken an dir, alle pushen an dir und von links und rechts kommt noch dieser ganze andere Mist rein. Also du hast auf einmal, ich sage mal, auch andere Stakeholder, die aus anderen Abteilungen auf dich zukommen. Weil früher waren es die fünf AEs, mit denen du gearbeitet hast. Jetzt ist es der Sales VP und der sagt, ey, hier der Deal da hinten ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße, was dein Mitarbeiter da gemacht hat. Der versaut uns gerade den Deal. Tausch den bitte mal aus. Und das ist der Bullshit, den ich meine. Da kommen auch solche Sachen auf dich zu. Die muss ich zum einen mal aushalten und die muss ich zum anderen extrem gut moderieren können. Und das ist nichts, was du an Tag eins könntest, aus meiner Erfahrung. Da musst du halt mal durch. Und da hast du hoffentlich einen guten Mentor, der sich mit dir, und ich hatte genau diese Situation, da rufen dich Leute an und sagen, tausch mal den SE aus. Also ich meine, ich stehe dann nicht da und sage, ja genau, mache ich. Wen soll ich draufsetzen? Da fange ich erst mal an zu fragen. Und das ist ja wie bei jedem Konflikt, da gibt es ja dann auch immer zwei Perspektiven. und ich hatte dann auch die Situation, da ruft mich dann jemand an, der nur so halb beteiligt ist an irgendeinem Deal und sagt, ja, ich rufe quasi im Auftrag von dem an und soll mal fragen. Und da habe ich dann wieder aufgelegt. Aber also mit sowas musst du halt auch umgehen und diese Situationen, die werden einfach kommen, weil es läuft halt nicht immer alles rund im Business. Und ich finde, das sind ganz, ganz entscheidende Situationen, weil da gibt es ja pauschal nicht richtig oder falsch, sondern da gibt es immer nur im Kontext, was ist jetzt irgendwie sinnvoll. Und also Bullshit ist auch das falsche Wort. Aber solche Themen, die dann wirklich unschön sind, die dich auch beschäftigen, die du auch, würde ich behaupten, durchaus mal mit nach Hause nimmst und das immer wieder hinterfragst. Und natürlich das Team auch schützen willst und die Leute schützen und gucken, dass das alles zusammenpasst. Also ich glaube, diese Sensibilität in der Moderation und auch mal diesen einen Schritt zurückzumachen, erst mal so hinzuhören. Also ist ja absolut okay, wenn dann WP mal Bedenken hat oder wenn ein AE und so weiter. Aber jetzt hast du schon mal mit dem gesprochen? Nee, ich bin direkt zu dir gelaufen. Ja, nee, finde ich nicht gut. Dann ruf den mal bitte an. Also danach kannst du immer noch zu mir kommen. Also wäre eine eigene Folge, glaube ich. Aber wir können mal festhalten, aus der Firstliner Sicht, sich diese Themen nicht zu ignorieren, aktiv auf die Agenda zu nehmen, mit den Leuten anzusprechen, ganz bewusst diese Check-Ins zu machen, Motivation zu hinterfragen, und dann im zweiten Schritt eben hinzugehen und zu sagen, wie können wir da draußen Plan machen, was sind die Komponenten, mit denen du dich dahin entwickeln kannst. Du hast geile Beispiele genannt. Da gibt es Projekte. Für mich gehört auch dazu, such dir mal einen Mentor aus einem anderen Bereich, für mit dem mal bestimmte Gespräche. Für mich gehört auch dieser regelmäßige Check-In da wieder dazu. Für mich gehört auch dazu, wenn ich der Firstliner bin und der Meinung bin, ich werde diese Person fördern, ich muss mit meinem Secondliner reden. Der sollte auch wissen, da ist jemand, der hat eine Motivation. Passt es für dich auch? Aus meiner Sicht passt es aus den und den Gründen. Wie kannst du mich unterstützen? Auch das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Geschichte für die Firstliner Leute. Fragt nach Hilfe. Fragt nach Unterstützung. Ihr müsst nicht alles alleine lösen. Ihr könnt auch gar nicht alles alleine lösen. Ich habe das lange Zeit nicht gemacht. Ich dachte immer, jetzt bin ich der Manager, jetzt muss ich mich drum kümmern. Und ich bin fast daran kaputt gegangen, kann ich dir sagen. Also fragt nach Hilfe. Und wenn ihr in einer Organisation seid, wo euch der Secondliner sagt, er gibt euch diese Hilfe nicht, dann verlasst sofort diese Organisation. Wirklich, ganz schlimm. Wenn du keinen Support kriegst in deiner Managerrolle, wenn du aktiv danach fragst und das als etwas Schlechtes ausgelegt wird, dann toxische Umgebung aus meiner Sicht. Dann musst du doch weg. Ich sehe schon die Bild-Headline, Podcast löst Kündigungswelle aus. Ja, Gott sei Dank lesen wahrscheinlich nicht viele SES, die Bild-Zeitung. Naja, anderes Thema. Also ich meine, jetzt können wir noch, glaube ich, stundenlang in so den Lösungsraum vielleicht auch reingehen. Aber ich glaube, wir haben ein paar Ideen gegeben. Lass uns mal zum Abschluss mal aus der IC-Rolle, Individual Contributor-Rolle drauf gucken. Im Sinne von, wie kann ich mich denn verhalten? Was kann ich denn proaktiv tun, um hier meine Karriere zu gestalten, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich ins Leadership gehen will? Und von uns beiden hast du das ja in jüngster Vergangenheit getan. Du hast eben schon ein bisschen über, da waren so Trigger, Hey, Wirksamkeit, und da gibt es so viele coole Dinge, wo ich vielleicht helfen könnte in einer Organisation und Spaß dran hätte. Wie, also wie bist du es angegangen, damit du aus der IC-Rolle da den nächsten, also für dich den nächsten Schritt gemacht hast mit dem Management? Also ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist mal zu sagen, ich bin es tatsächlich halt aktiv angegangen. Du kannst dich nicht in der IC-Rolle befinden und denken, dass das Unternehmen oder dein First-Line-Manager dafür verantwortlich ist, deine Karriere zu entwickeln. Natürlich kann man da, also man kann, wenn man das Gespräch dann sucht und wie wir es ja gerade schon diskutiert haben, das ist alles fein, aber es gibt manchmal Menschen, die so eine Erwartungshaltung in sich tragen. Du bist doch jetzt meine Führungskraft. Du bist doch dafür verantwortlich, jetzt hier meine Karriere zu entwickeln. Nein, das ist Bullshit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Du bist dafür selbst verantwortlich und ich glaube, das ist jetzt gar nicht der augenöffnende Hinweis hier. Auf der anderen Seite sehe ich es doch eben wieder, wie es im Alltag eben nicht funktioniert, aber die einfache Wahrheit ist, wenn du Lust hast, einen bestimmten Job zu machen, dann fang doch mal an, wie du da schon einen Beitrag leisten kannst, ohne dass du die Rolle und den Titel hast. Also wenn du beispielsweise, wie jetzt in meinem Fall sagst, okay, mich interessieren irgendwie so Marketingthemen, dann connecte dich doch mal mit deinem Marketingmanager und hör doch da mal rein. Hör mal zu, was sind denn so die Herausforderungen? Gib doch mal, wenn du sagst, okay, ich habe hier zwei, drei Ideen, dann gib die doch mal rein und schau, wie das funktioniert und ankommt. Und vielleicht hast du ja jemanden auf der anderen Seite, der Lust hat, tatsächlich deine Ideen auch mal auszuprobieren. Und dann kannst du ja mal so ein bisschen vorfühlen und das sendet natürlich auch ein, also natürlich sendet das ein Signal. Das sendet ein Signal an deine Führungskraft. Das sendet ein Signal jetzt in meinem konkreten Beispiel, beispielsweise an den Marketingmanager. Aber auch in die gesamte Organisation. Guck mal, hier ist ein Mensch, der hat bestimmte Fähigkeiten. Vielleicht ist der da total nützlich. Also was auch immer das dann ist, ob das dann eine Führungsrolle ist oder irgendwie eine Rollenveränderung nach links oder nach rechts. Und also long story short, der Satz, den man da immer so gerne hört, ist, do the job before you get the job. Und da gibt es aber auch im Alltag total viele Möglichkeiten, sich halt auch mal selber einfach mal auszuprobieren. Dafür brauchst du nicht viel. Du musst es halt einfach mal machen und die Offenheit mit einbringen. Und vor allem dir mal überlegen, so was, worauf, was will ich eigentlich? Mir lag schon fast, als du gerade die Frage so formuliert hast, also erstens liest du mal den John Strelicky. Haben wir hier vielleicht schon zwei, drei Mal erwähnt. Weil da kann man mal selber in die Reflexion gehen, was ist mir eigentlich überhaupt wichtig? Und dann erübrigt sich vielleicht diese Frage nach der Führungsposition ganz schnell, wenn man merkt, okay, so eigentlich ist es gar nicht so, das ist, worauf ich krass Bock habe. Aber diese Reflexion mal zu machen, bevor man einfach irgendwelche Ansprüche erhebt, ist für mich ein ganz wichtiger Erster Schritt. Ja, es ist so ein bisschen, ich mache mal Vergleich mit dem Forecast Meeting. So im Forecast Meeting fragt ja hoffentlich der Head of Sales dich, warum sollte dieser Kunde 250.000 Euro bei uns ausgeben? Und die Frage in dem Mitarbeitergespräch ist, warum sollte deine Company in dich als Führungskraft investieren? Also das für sich mal umzudrehen und vielleicht auch mal so ein bisschen eine demütige Haltung einzunehmen und wie du sagst, selber mal reflektiert zu haben, warum glaube ich, dass das für mich ein guter Schritt ist? Was möchte ich damit erreichen? Was gebe ich damit vielleicht auch der Firma? Was brauche ich auch von der Firma? Also diese Reflexion zu machen, das kannst du, glaube ich, mit dir selber machen, indem du dir vielleicht auch einfach mal ein bisschen Literatur dazu reinziehst oder einen Podcast hörst oder dir selber mal ein Coaching gönnst und einfach mal jemanden von außen hast, der dich so ein bisschen moderiert und du da so eine Reflexion hast und dann, glaube ich, gehst du mit einer ganz anderen Grundlage in so ein Gespräch auch rein. Also, weil dann hast du diese Antworten und dann bist du, also wie du es gesagt hast, zum einen bin ich auch überzeugt, die Leute sind einfach auch selber in der Verantwortung, was auch immer dann Verantwortung im Detail heißt und damit, wenn du in die Verantwortung gehst, dann bist du ja auch sozusagen, also dann bist du der Gestalter. Natürlich gibt es dann irgendwie Abhängigkeiten und brauchst du Leute, die dich supporten wollen, aber jeder Firstliner aus meiner Sicht wird sich freuen, wenn einer mit einer Vision kommt. So, weil, also, das ist ja dann auch vermeintlich leichter, umzusetzen. Und ich, also, ich glaube auch, das ist so die Essenz, wenn die Leute, also, mich hat das immer so angekotzt, wenn da Menschen saßen, genau mit dieser Einstellung. Ja, ich will jetzt mal hier Karriere machen. Wie geht denn das? Ja, weiß ich ja nicht, wie das bei dir geht. Aber es ist die Realität, ja. Diese Menschen gibt es. Ja, und dann fragst du so, also, oder da sagt einer, ich will mehr Exposure, was auch immer, ja. Ja, was hast du schon dafür gemacht? Ja, ich bin zu dir gekommen. Ja, merkst du selbst, ne? Also, wie gesagt, finde ich immer schade, weil, also, ist das dann auch der Stil, wie du deine Führungsrolle ausfüllst, mit dieser Passivität und mit dieser Anspruchshaltung, aber selber nichts dafür tun wollen? Weiß ich nicht, ob ich das unterstützen will. Schwierig. Also, und ich glaube, da können wir auch einen Punkt machen, weil ich glaube, wenn du das hast, dass du für dich selber reflektierst, dass du mal in dich gehst, dass du mal diese, dir kritische Fragen stellst und dann mit einer Idee um die Ecke kommst, ja. Und, wie du sagst, vielleicht einfach auch, weißt du, ja, der macht das eh die ganze Zeit schon, ja. Also, so, weil der da einen Sinn auch drin sieht, ne, und ich glaube, dass, wenn du, wenn du gute Dinge tust, ja, und über die dann bitte auch redest, und die Organisation das sieht, dann ist dein Erfolg ja sowieso nicht zu verhindern, ja, und wenn es in der Organisation nicht ist, dann wird sich eine andere finden, die das eben zu, zu schätzen weiß. Genau, und auf der anderen Seite, das muss man auch dazu sagen, jetzt haben wir ein bisschen auf den ICs rumgehackt, ähm, schon auch, Dinge auch mal klar einfordern, ne, also ich glaube, es ist, wenn du mit einer eigenen Idee kommst, ist es dann auch fair, zu sagen, hey, lieber Tim, lieber Jan, äh, ich würde mir von dir dann auch mal ein klares Signal wünschen, ob das hier möglich ist, ne, und wenn es hier nicht möglich ist, hast du eine Idee, wie wir es anders hinkriegen, so, das, auch das finde ich fair, auch das gehört für mich mit zu der Reflexion, weil das ist dann schon wieder die Verantwortung vom Firstliner, äh, wenn er da ins Commitment geht, eben dann, wenn er A sagt, muss er, muss er auch mal B sagen, aber nicht dieses Larifach, ja, komm, wir warten mal noch ein Jahr, und dann schauen wir mal, wie die Lage ist, ist halt eine Kacke-Antwort, ne, also, dann ist es schon meine Rolle, auch als Firstliner, die Sache wieder, möglichst verbindlich zu machen. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist halt, dass das Individuum, also seine oder ihre Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Und auch diese Fragen, die wir jetzt auch hier diskutiert haben, da auch schon mal eine Antwort hat, vielleicht schon mal ins erste Umsetzung gekommen ist, bevor jetzt irgendwelche Forderungen aufbauen. Ja. Gut. Also, ich glaube, du brauchst jetzt Kaffee, ich ne Currywurst mit Pommes. Alles klar, was wir aufbauen. Ja, wer weiß, mal hier ein Punkt. Was gibt es noch zu sagen? Ich freue mich auf die Artist. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber wird geil. Wird super. Alles klar. Dann, ja, bitte. Wir machen, nach der Artist machen wir so einen Check-In-Podcast, oder? Dann ziehen wir mal so Fazit, was unsere Highlights waren, vielleicht auch Lowlights, Lessons learned. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, also, wir haben ja jetzt schon sehr viele Lessons learned, mit der ganzen Organisation, und Vorbereitung, aber den Podcast wird es auf jeden Fall geben. Wir freuen uns sehr auf morgen, sind gespannt wie Bolle, und wir berichten. Wir berichten, es wird sehr, sehr lustig, und damit würde ich sagen, gute Zeit für euch bei Fragen, immer gerne über LinkedIn melden. Bis dahin, bye bye. Peace out. Ciao. Euer Christian.